Myeon, weiter geht's! Jetzt haben wir Sonnei bei uns. Ich bin mir sicher, dass wir es da schaffen. Scheiße. Okay. Let's do this. Na, come on. Gut gemacht. Super Leistung, Sonnei. Ach du Scheiße. Ach nö. Ein Schwein. General Pigmask. Und noch zwei weitere Biester. Okay, ihr wollt das wohl so. Jun. Oh Gott, eine Jun. Nee, Quatsch. Omega. Und Marissa greift mit Star Storm Omega an. Sonnei macht schon ordentlich scharf. Das finde ich gut. Und John biebt nochmal. Mal. Ach Leute, es ist schwul. Na weine. Ja. Alle besiegt. Super. Ach fuck it. Hm. Hm. Was machen wir da? Ach ja, Magic Eyes. Genau. Hm. Hm. Something else. Hat mir geholfen. Hat mir geholfen. So. Und noch einmal bei mir. Alles ist wunderbar. Mit so einem. Oh Gott. Alles ist wunderbar. So, hierhin. Wow! Was ist zum? Ah, ein Robo mit... Mit der Brezel von Kanako. Genau. Und wieder Cave Story Musik. Not yet, Reimu. Hier ist ein finaler Besuch von Zanae Kotian. Ich werde es nicht mehr verletzen. Zanae, whatever she was thinking, suddenly caused a huge explosion. Reimu. It's fine. We never belonged here in the first place. Please, don't worry about me. The rest is up to you. It's in pieces! It's useless now! Holy cow! What happened? Reimu is heading toward the center of the ship. Ja genau, klauen wir mal ihren Anzug. Reimu, was bist du für ein Dieb? Ach, da ist der Gravity Zoo. Ich frage mich nur, wäre das nicht besser gewesen, das mal Risser zu geben? Whatever... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Was hatte ich denn vorher noch mal? So. Das war jetzt aber so eine herzige Opfer. Wie ist der Wackel? Oh, was bist du für ein Wicht? Alex, ich stehe aus, nicht wahr? Ich weiß, es ist, weil ich keine Hände habe. Oh, ich kann was kaufen. Ja. Aha, HP, HP. Rife-Fainted Mama. Magic Eyes hat mir ja gut geholfen. Dankeschön. Hoppla, äh, nee. Äh, Item. Mein Gott. Ich bin doof, Alter. Na, alter doch. Okay, und jetzt mache ich es so. So sieht's gut aus. Nochmal schnell ein Life-Up durchführen. Und nochmal so abspeichern, bis ich das nicht nochmal machen muss. Es besteht Gefahr, dass ich es ver- Geh-Seh. Welcome to my castle. You must have some nerve coming to fight me in my own home. Once again, welcome, one at all, to the final worst obstacle of them all. Yes, if you make it through there, just beyond is my room But before you can get there, you'll have to deal with Tanko's masterpiece Little Tanko's hateful toy will make sure you never get past Flip the switch, it's natural killer cyborg, does he? Oh Ich bin überwältigt von der Größe von diesem Ding Starstorm, Omega Willst du es wohl, hä? Mach dich tot, du bist Ich hör nicht auf Ich muss mal sehen, wie das abgeht Uh, mehr Damage, das ist schön Autsch Unfair Ach, Mann So, Strong Punch Ach, nur gegen mich Beam Omega Und mach das Fist-Mist-Vieh tot Geht das Fist-Mist-Vieh immer noch nicht tot, hallo? Oh, come on Kill him Immer noch nicht, hallo? Wie viel hält das Vieh aus? Oh, langsam reicht's mir mit dem Vieh Wie viel hält er eigentlich aus? So Jetzt sind wir für eine Weile gerettet Jetzt reißt du mir langsam Und hat's wohl nur darauf angelegt So So Level 50 Weil ich speichern will, du Idi Kurze Pa- Äh? Level 50 Da ist nichts mehr da Kann ich etwa kein Level mehr abmachen? Hm Kurze Pause und dann geht's weiter See ya, guys Bis dann Tschüss Das ist nicht mehr da, zwei